Sie hören, wir sehen uns zu Hause, von Christiane Wünsche, gelesen von Yara Blümel, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Johann Wolfgang von Goethe All unsere Gedanken wurden schon früher gedacht. Jede Leidenschaft schon durchlebt, jeder Schmerz, jedes Glück schon empfunden. Nichts ist neu in dieser Welt. Namenloser Kutscher in Weimar Prolog Die Sonne brach durch die Wolken. Ihr helles Licht fiel auf Annes Wangen, war wie eine sanfte Berührung. Und plötzlich schien es Anne immens wichtig, den Rundweg um den See zu Ende zu wandern. Sie konnte nicht sagen, warum. Vielleicht, um sich klarzumachen, dass das hier eben nicht Schweden war, sondern die Uckermark. Dieser Ort gehörte nur ihr. Später würde sie sich immer daran erinnern, dass sie ganz allein diesen verwunschenen See in dieser entlegenen, so wunderschönen Gegend besucht und dass es mit einem Mal keine Rolle mehr gespielt hatte, wo der Westen endete und der Osten anfing. Ja, dass sie sich längst tief im Osten aufhielt. Heimat hin, Heimat her. Das hier war ihr Ort, ihre Gegenwart, ihre Reise. Und dieser Gedanke tat ihr unendlich gut. Während sie schneller ausschritt, atmete sie tief durch, spürte das Leben in sich pulsieren und eine unbändige Freude darüber, auf der Welt zu sein. Sie würde ihr Leben meistern. Das begriff sie in genau jenem Augenblick. Null Kilometer Anne Juni 2019 Es war früh am Morgen und ziemlich kühl. Noch versteckte sich die Sonne hinter dem Horizont, aber am dämmerigen, durchscheinenden Himmel stand keine Wolke. Laut Wettervorhersage würde es ein schöner, warmer Frühsommertag werden. Während Anne den Motor des alten Wohnmobils anließ und ihr das wohlbekannte Scheppern des Dieselmotors ein sehnsüchtiges Ziehen im Bauch verursachte, lächelte sie ihrer 24-jährigen Tochter Alina zu, die fröstelnd neben der heruntergelassenen Scheibe stand. In Gedanken vergewisserte sie sich noch einmal, dass sie nichts vergessen hatte. In der Handtasche auf dem Beifahrersitz befanden sich ihr Handy, das Portemonnaie mit den Ausweispapieren, der Girokarte, Euros und jeder Menge dänischen Kronen. In einem Extraumschlag steckte das Fährticket. In den Getränkehalter hatte sie eine Wasserflasche geklemmt, die mit Proviant gefüllte Kühltasche stand im Fußraum. Es konnte losgehen. Plötzlich wurde Anne nervös, denn so souverän, wie sie vorgab, fühlte sie sich bei weitem nicht. »Hast du das Navi schon eingestellt?« Alina schob sich mit einer für sie typischen Geste das lange, blonde Haar hinter die Ohren und beugte sich vor. Klar, Anne wies auf das in die Jahre gekommene Gerät, das mittels eines Saugnapfs an der Windschutzscheibe befestigt war. »Ich melde mich, sobald ich auf Rügen angekommen bin. Und egal, wie lange ich brauchen werde, verhungern kann ich nicht. Die belegten Brote und das Obst reichen vermutlich für Wochen.« Alina lachte. »Sehr gut. Früher hatten wir auch immer viel zu viel mit, weißt du noch? Wenn wir am Ziel waren, haben wir erstmal haufenweise zerdrückte und durchweichte Butterbrote verputzt, damit wir die nicht wegschmeißen mussten. Dann zögerte sie. »Mama?« Sie streichelte Anne über den nackten Arm. Dabei hatten sie sich doch schon vorhin mit einer festen Umarmung voneinander verabschiedet. »Ja?« »Fahr vorsichtig. Ich hab dich lieb.« Anne schluckte gerührt. »Echt dich auch, meine Kleine.« Schon nach zwei Stunden Fahrt über die inzwischen stark frequentierte Autobahn wurden Anne die Arme steif, ihre Finger schmerzten vor Anstrengung. Sonst war meist Peter gefahren. »Tonverall anniversary« »ebeine.« »Nein paz, her.« »Mein paz, meine eingest du mal.« »Ist gar nicht.